Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Control Origin. Ja, wir haben ein kleines Problem. Wir müssen die X-Rati besiegen, diese Behemoths von denen. Ich glaube, Behemoths heißen sie. Ähm, ja, damit haben wir ein kleines Problem gehabt, nachdem ich in der letzten Folge die ganze Folge versucht habe, den zu besiegen. Das ist doch eine ganze Folge, oder? Habe ich nochmal nachgeschaut, wie man es machen könnte. Und habe auf eine interessante Theorie gestoßen, die ich dann auch mal offline ausprobiert habe. Und es hat sogar geklappt. Es war immer noch ein bisschen Glück vonstatten und vielleicht auch ein bisschen Können. Mehr oder weniger. Aber es hat gut geklappt. Zwischen den Folgen bin ich jetzt einfach nochmal zurückgeflogen, haben unsere Flotte nochmal neu aufgerüstet, äh, umgerüstet. Und das war's eigentlich. Ach ja, und den KI-Koordinator habe ich rausgeschmissen, weil wir den für hier überhaupt nicht brauchen. Und dafür habe ich noch gesehen gehabt, dass wir nämlich ein Overmind-Teil drin haben, wo auch die Waffenstärke und so weiter erhöht. Das habe ich auch noch reingemacht. Werden wir noch sehen. Ähm, ja. Das überspringe ich jetzt einfach mal wieder. So. Jetzt, der Anfang war... War eigentlich nicht verkehrt mit dem Ding. Ich hoffe, dass es jetzt alles nochmal klappen wird. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt bei der Aufnahme... Dass es jetzt hier Probleme geben könnte. Ich kann mir vorstellen, dass wir die Waffensteil drin haben, wo auch die Waffensteil drin haben. Aber die Schilde sind auch weg. So, jetzt nehmen wir nämlich den hier. Und damit können wir... Wenn ich mich sehe, wo ich bin... Ach, da oben bin ich. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Aber mit der rechten Maustaste kann ich eine Versäuchung loswerden. Und, äh, da werde ich jetzt einige Dinger, äh, einfach mal loswerden. Mich von den Gegner fernhalten. Und damit können wir den ganz gut besiegen. Da kommen die ersten Schüsse. Und treffen ihn. Ah, jetzt können wir gar nichts mehr machen. Ich glaube, wir haben genug von den Dingern rausgemacht, dass jetzt nichts mehr geht. Das müssen wir nur noch lang genug überleben. Aber habt ihr gesehen, wie schnell... Ah, Mist. Habt ihr gesehen, wie viel, äh, abgezogen worden ist hier. Von den Dingen. Und bei meiner... Dings, wo ich ausprobiert habe, habe ich nur ein bisschen länger überlebt. Und dadurch gewonnen. Allein, weil die Dinger das alleine gemacht haben. Und das ist ziemlich heiß. Ich glaube, man kann nur bestimmte Anzahlen rauslassen von den Dingern. Aber das funktioniert eigentlich einwandfrei. Guck, jetzt fangen sie an zu schießen hier. Oh. Kommt der Gegner auch. Ei, 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 ei. Ich sollte wieder ein bisschen mehr... Abstand von dem Gewinn. Ha! Und so ein Hammer. Mit der ganzen Vorrednerei und alles. Hm, ja. Vielleicht drei Minuten oder so. In drei Minuten haben wir den Gegner geschafft. Und das ist doch mal ziemlich, ziemlich heiß, finde ich. Das ist wirklich ziemlich heiß. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so problemlos gehen wird. Aber, ihr habt gesehen, es geht tatsächlich problemlos. Wir müssen nur lang genug überleben mit dem Versäucher. Mit dem Pinti-Versäucher. Das Zeug abmachen und der, äh, machen das schon von ganz allein. Finde ich klasse. Wie gesagt, nur lang genug überleben. Und fertig. So. Eine Sache habe ich jetzt allerdings vergessen. Und zwar aufzutanken. Das heißt, wir fliegen jetzt... Ich hoffe, wir schaffen es bis, äh... Dass wir bis hierher fliegen. Gehen wir mal hier her. Dass da der... Der Treibstoff noch langt bis dahin. Holen uns neue Schiffe und machen den zweiten Zerstörer. Damit haben wir nämlich jetzt auch diese Quest erledigt. Verteidige die Erde vor den ankommenden X-Raki-Angriffsflotte. Drei Stück müssten wir jetzt noch machen. Was ich mir auch noch vorgestellt habe, was wir machen könnten, ist bei den Messerts hierher fliegen. Deswegen bin ich auch nicht an die Station gegangen, sondern direkt hierher. Und, ähm... Da mal schauen, ob wir vielleicht neue Informationen von den Messerts oder den Lallani, äh, bekommen könnten. Über die X-Raki. Vielleicht. Ich glaube zwar nicht und wenn, dann nur sehr wenig. Aber es könnte doch sein, dass wir irgendwas bekommen, was Interessantes. Probier mal einfach mal. Fragen kostet nix. Taiwan, okay. Which ones? Renner, Finny. Which ones? Mouldings auch nicht. Which ones? Drendals? Ugh, which ones? Ne. Keine Informationen. Schade. Schade. Vielleicht hätte man auch mehr Informationen über die kriegen können. Ich meine, wir haben schon einiges rausgekriegt, aber... Passt schon. So, aufgefüllt sind wir. Dann kann ich noch gleich zeigen hier. Das Teil hier. Da war ja der KI... Wo war's denn? Da ist dann der AI-Flottenkoordinator drin. Den habe ich, wie gesagt, rausgemacht. Wobei, eigentlich ist der auch nicht schlecht. Wendegeschwindigkeit machte ja ziemlich gute Dinger rein. Äh. Das mysteriöse Upgrade habe ich dann reingemacht. Was haben wir sonst noch alles hier? Ja. Bahnkorrektur. Den Bahnkorrektur könnte man doch rauswerfen. Wir landen ja jetzt nicht mehr, oder? Wo machen dafür den KI-Dinger rein? Hier. Mysteriöses Upgrade. Widerstand gegen Schaden. 20%. Verursachter Schaden. 25%. Und Überraumgeschwindigkeit und Beschleunigung nochmal höher. Aber das Ding finde ich eigentlich nicht schlecht. So. Machen wir doch das. Wie gesagt, landen wollen wir erstmal nicht. Und das Ding macht doch noch ein bisschen mehr. Ihr wisst, was ich meine. Damit ist man doch besser. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre nur der KI gewesen. Aber da haben wir ja doch noch ein paar. Doch noch ein paar Verbesserungen drin. So, jetzt fliegen wir mal zum nächsten. Na schauen, ob... Ah, Moment, 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 Moment. Schiffe ausrüsten. Ich habe ganz vergessen, neue Schiffe zu holen. Nehmen wir nochmal ein Mukai rein, hätte ich gesagt. Einer ist ja abgeschossen worden. Ist so ein Dinger auch abgeschossen worden? Ich weiß es gar nicht. Wieso haben wir eigentlich... So. Jetzt sollten wir wieder voll sein. Beziehungsweise... Ne, das muss so passen. Muss so passen jetzt. Ich glaube, wir hätten sogar noch ein Schiff reinnehmen können. Aber egal. Ist es das hier, was wir da haben? Ja, das ist es. Speichern wir mal. So. Euch vor wem beschützen den Scribe die fräßigen Augen? Greif dir deshalb alle an. Was, wenn wir etwas anderes zum Fressen für diese gefräßigen Augen finden würden? Ja, okay, das war's. Nein, den wollen wir nicht verwenden. Sonst funktioniert das Ganze nur nicht wieder. So, das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt bewegt das sich wieder. Ah, das ist natürlich jetzt... Okay. Einer ist noch übrig geblieben. Ich hab die Lenkung grad irgendwie... Mist. Ja, ich hab irgendwie grad die Lenkung verloren gehabt, wie ich das Ding fliegen muss. Na gut. Nehmen wir nochmal den hier. Und hoffe ich mal, dass wir jetzt... Den letzten auch noch wegkriegen. Das ist immer das Problem mit den... Jetzt. Sehr gut. Jetzt können wir mal schauen, ob wir vielleicht noch ein bisschen Schaden machen können. Ja, ein bisschen können wir machen. Ja, gut. Ein bisschen haben wir geschafft gehabt, aber nicht allzu viel. Dann, äh... Nehmen wir mal den hier. Ah. Der hat doch schon ein bisschen was abgekriegt. Naja, egal. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch aushalten, glaub ich. Die erledigen gut den Rest für uns. Das ist so klasse, diese Dinger. Wirklich einmal ausgestreut erledigen sie den Rest. Und vor allem, sie bleiben ja auch dann dabei. Und streuen sich richtig rein und... Boah. Einfach klasse, find ich. So. Das waren wir im Taiwan. Jetzt haben wir noch die Pinti und die Mac Mookay. Die sind relativ weit weg hier. Und die hier müssten wir da hinfliegen und dann können wir da rein. Ah, ist die Frage, schaffen wir es bis dahin? Streibstoff ist eigentlich noch relativ viel dran. Das müsste eigentlich langen, denke ich. Da hin und zur nächsten Raumbasis. Ich hoffe es jedenfalls mal, dass es langt. Ja, die Finti-Raumschiffe. Ich finde die im Moment sowas von klasse. Moment, wo müssen wir hin? Ah, da sind wir. Ist noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen. Ja, die sind so klasse. Das funktioniert so gut. Ich habe so Schwierigkeiten gehabt und jetzt ist es eigentlich fast nur eine Sache mit, wo man sagen kann, wir müssen nur aushalten. Und dann erledigen, wird der Gegner schon fast von allein erledigt. Das geht so gut. So, hier müsste er doch irgendwo sein jetzt. Da oben ist er. Probieren wir mal, ob wir den auch so gut hinkriegen. Hunger, Crave. Order-Information-Carriers arrive. Protect ordered beings home. Your home? No, dumb. Not enough tentacles, grabbers. Er greift uns vor Freunden an. Friends, communications. Laugh, chuckle, huns. Communication leads to order information. Gluttonous eyes feed on order information. Warum man redet er euch von Informationen? Gluttonous eyes beyond deep above below. Motives their own nor do not exist. Above, below lack information, organization, food. Heat, death, entropy, etc, etc. Enough conversation, waste of order information. Okay. We need Crave ordered being. Nein, und wir haben nur noch zwei von denen hier. Ich hoffe, das langt. Wahrscheinlich wird es mit den anderen auch ganz gut funktionieren, mit den Pini-Schiffen. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Wenn die dann auch regel-richtig auf die Dinger losgehen. Da haben wir halt, wenn die Satelliten noch da sind, haben wir halt diese Probleme mit diesen kleinen Raumschiffen noch. Mist. Ja, das ist das Problem, diese kleinen Satelliten. Dann haben wir die kleinen Raumschiffe noch. Die sind ja zum Glück später nicht mehr da. Okay. Sobald wir sterben, sind die kleinen Raumschiffe auf jeden Fall weg. Oder wenn wir sie vernichten, dann sind sie wahrscheinlich auch weg. Ja. War klar, dass wir das nicht schaffen. Mit dem Schiff kriegt man gut die Satelliten weg. Aber halt, ähm... Alles andere leider nicht. So. Jetzt greifen die ersten an. Wir bleiben schön hier im Hintergrund. Na ja, jetzt greift er doch an. Aber gleich, Hammann. Das funktioniert so gut. Ich kann's kaum glauben, wie gut es funktioniert. Das ist so klasse. So, um okay, es sollten jetzt auch weg sein. Sind die Schiffe da tatsächlich eigentlich auch dieses, äh... Durch die Schiffe hatten die ja ein großes Gebiet, kann das sein? Hm. Das ist jetzt auch weg anscheinend. Na gut. Jetzt geht's zurück zur Basis. Dann rüsten wir nochmal die Schiffe aus, tanken nochmal auf und dann... Erledigen wir den letzten... Der letzte... Der letzte der... X-Rakie-Schiffe. Dann sind unsere Verbündeten auch wieder erst... Vorerst jeden Fall safe. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut geht. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so gut geht. Ich hab... Mir schon Zeugen gemacht, ob ich, äh... Das Spiel jeweils zu Ende kriegen spielen könnte, weil ich's nicht hingekriegt hab. Und jetzt das. Man muss nur wissen, wie. Aber wenn man was weiß, wie's geht, dann ist es meistens auch relativ einfach. Wobei, relativ halt. Mit den Satelliten tue ich mich immer noch ein bisschen schwer. So, flotte. Da holen wir uns wieder... Mokei-Schiffe. Wenn ich sie finde. Okay. Eins. Zwei. Und drei, oder? Ja, jetzt haben wir drei. Das müsste eigentlich langen. Von denen haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann holen wir uns doch vielleicht noch so einen Kreuzer. Ich glaub, der geht doch, oder? Ja, einen Kreuzer holen wir uns noch. Dann haben wir 112 von 112 Punkten aufgebraucht. Das ist nicht so schlecht. Und der Tarana-Kreuzer Mark II ist auch nicht schlecht. So, dann noch ein bisschen auftanken. Hübertor und zu den Finis, äh, Pintis. Und da geht es jetzt halt zu den letzten, zu der letzten Gruppe. Das müsste dann das Schiff sein. Das machen wir aber in der nächsten Folge dann. Und dann schauen wir mal, dass wir das letzte Teil auch noch erledigt kriegen. Da sollte ich allerdings auch wieder umrüsten. Und den Lander wieder reinmachen. Ganz einfach. Dadurch, weil ich glaube, dass wir da wahrscheinlich wieder landen müssen, um die, diese anderen Pintis, äh, am Bot zu holen. Glaube ich jedenfalls. Und da wäre es vielleicht nicht verkehrt, den Lander ein bisschen, da vielleicht ein bisschen aufzurüsten noch. Aber schauen wir mal beim nächsten Mal. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.